Holzer. Nein, nicht Sumus. Holzer. Holzer. Ok, also 4. Los. Ja, und machbar. Das nächste bestellen. Genau. Und los. Ich guck euch zu. Einfach für den Fall das. Ja. Warte mal schnell. Tut mir leid. So. Ja, ich bin wieder da. Ok, gut. Gut. Ja. Auf die Seite, was hat's Türme? Die sind scheisse. Die mag ich nicht. Ja, das kommt mir nicht. Stimmt. Mhm. Ich bin mal nicht näher. Ja, stimmt, Engel. Power-Arbeit. Ja, der lässt definitiv reparieren. Runter. Schoß. Wir brauchen alles, was wir aufbieten können. Stier. Tötet. Das Bötchen. Gut. Gut. Ja, zu dritt könnten wir das schon. Ja. Das nächste Boot. Los, los, los. Mehr Holz. Ah. Äh, alle zusammen. Bitte. Alle zusammen. Ja, kommst der, deb, alle zusammen. Wo kommst der denn? Wo kommst der denn? Ich weiß, ich sag das jedes Mal, aber... Das ist hart in mir. Das ist gar nicht mal so. Momentan sieht's gar nicht so schlecht aus, ja? Das sieht's wirklich gut aus. Jetzt haben wir den. Sack nicht. Du Ptilesch. Mist. Ja gut, stimmt eigentlich. Ich meine, wenn ihr hier oben ein Schiff hat, dann bekam. Eines unten weniger. Und nimm es. Ja, ja. Ja. So. Aber ich glaub, du brauchst einen neuen Fischkotton. Äh, ja. Brauch ich auch noch. Fisch auch noch. Was ist los? Eiii. Ich hab's wieder gehandelt. Der Typ verletzt jetzt mal so viel Alarm. Ja. Hat's wirklich prima funktioniert. Ja, überhaupt kein Problem. Also wir haben dann trotzdem verloren, muss ich bloß sagen. Ja, ja. Aber weil wir gedacht haben, wir handeln mit ihm und lassen den Hafen stehen. Handeln mit ihm. Ja. Das war blöd. Das war ja nichts. Das ist dann echt wichtig. Und es ist dann... Okay, Jungs. Okay, Jungs. Also, warte mal, ihr kommt einfach los rein. Es dauert einfach irgend drei Tage. Ja. Aber es ist gut, wir stressen ihn wirklich rein. Ja, also, er pumpt jetzt das ganze Holz in Reparieren und Bötchen und die gehen unter und... Stimmt. Also, da wird jetzt schon recht strapaziert damit. Ja, das stimmt. Nein, aber es ist nicht so übel. Jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir seinen Hafen weghauen. Ja, und das Gelb ist nicht in den Feld. Und seine Transportschiffe dann auch noch ganz schnell weghauen. Genau, die Transportschiffe sind ein bisschen weiter den Fluss runter. Ja, ja, für... Zuerst mal... Eben, jetzt, jetzt kommt's langsam. Eben, siehst du, jetzt hat er langsam ein Problem mit dem Pult. Genau, natürlich auch mit Arbeitern. Ich glaube, der schickt die immer gleich sofort dahin. Ja. Das ist gesund, also für uns. Genau. Nein, das ist eher blöd, aber... Und eben, wo mir jetzt einfach aufpassen muss, ist, dass das Gelb nicht bei sich uns hinbekommen könnte. Das ist das letzte Mal passiert. Ja, ich glaube, ich baue dann jetzt langsam auch da hinten was auf. Ja. So, äh, der nächste Bauarbeiter macht was Sinnvolles. Oh, Sack, ich bin mit den Rücken fahrend. Ja. Mit. Ich glaube, ich vergiss den Rücken ernsthaft und gebe mich effektiv auf den Frick mit so den scheiß Schiffen. Ja, ich denke, echt. Das ist wahrscheinlich besser. Das lohnt sich nicht, das ist viel zu viel Aufwand. Hm. Ich habe ihn ja gesehen, okay? Weiß ich nicht, oder wie? Ja. Ich weiß nicht, ob er den immer noch hat, wenn wir da ankommen, aber... Ja, ja, doch, 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 doch. Wenn wir ihn schnell wegfauen. Ja, ja. Haben wir... Ja, ja. Platz haben wir eigentlich noch. Musst du noch... Haben wir noch ein paar Häuser oder so? Oh, mir ist es echt. Ein, zwei, schnell. Ja, ich weiß, wir brauchen Holz, aber passt. So, ja, so langsam brennt es sehr viel. Ja, 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 es sieht gar nicht schlecht aus. Es sieht echt nicht schlecht aus. Oh, voll. Ich habe nur ein bisschen Angst, ob das jetzt mit Transportern einfach durchfährt, aber ich glaube, die könntest du abwarten. Ja, frisch auch. Ja, dadurch. Nicht aufwarten, nachzubauen. Wir wissen, was sonst passiert. Ja, 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 ja. Ja, sobald ich wieder genügend Holz habe, mache ich es. Das ist ja 135 brauche ich. Ja, die Fichte. Ja, genau. Ja, wir haben geschaut, dass es so viele Bäume gibt. Genau, es gibt Wald, hat nicht so viel Holz und Fichte. Ja. Es gibt auch noch irgendwo Eiche, Baum 31, Eiche. Genau, es gibt eine Eiche 31. Ja, nein, jetzt versucht er röffentlich das ganze Holz da in Aufbau reinzukommen. Ich hoffe mal, dass er auch die ganze Nahrung jetzt in Bauern reinsteckt. Oder den größten Teil. Hast du gute Chancen? Ja. Ich hoffe nur, dass Gelb nichts Komisches machen. Ich glaube nicht, wenn er seine Punkte anschaut. Meine nächste Hoffnung ist dann, dass er keinen neuen Hafen baut. Ja. Sonst wäre es irgendwie auch mühsam. Kon-Speicherer, noch ein Schiff. Noch ein Schiff. Noch ein Schiff, ja. Komm, genügt mir das sicher. Gut, sehr gut. Gut, jetzt machen wir was ganz Lustiges. Guck mal. Ah ja. Ah, keine Tür mehr, bitte. Wie ist es? Komm mit. Komm mit. Ja. Nein. Warte mal, wo ist das andere? Ah, gut. Entschuldigung. Ähm, wohin geht das Schiff? Hat das jemand an Bord? Welches? Da war vor allem Schifftransportschiffes Durchfuhr, aber ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, es ist nur weggerannt. Ja, es ist nur weggerannt. Ich sehe da was. Nein. Ah ja. Aber wenn es immer wieder am gleichen Ort baut, ist es auch egal. Ja. Ich glaube, es ist ein Schiff, das jetzt irgendwo sonst baut. Da habe ich gerade ein bisschen Angst. Das sind so eine Streitwerk. Okay, Streitwerk. Na, lass das mal. Bitte. Du kriegst doch eh nicht. Okay, soll man mal eins da lassen? Ja, eins. Du sorgst dafür, dass Gelb keinen Blödsinn hat. Genau. Ah. Ja. Wir sollten. Wir sollten. Mal was Sinnvolles machen. Mit dem blauen Schiff mal hingehen. Schauen. 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 Mit dem Schiff. Dem Patrouillen-Dingsdungsda. Ich habe echt ein bisschen Angst, weißt du? Ja, das ist absolut prächtig. Dich auch. Nein. Da ist nichts. Also, wir schauen mal da runter. Ups. Da hat es noch einen Hafen. Genau. Ich glaube, da ist nichts mehr. Nee, das sieht gut aus. Ja, das sieht echt gut. Das ist gut. Ich denke, er baut es immer am gleichen Ort. Dann kannst du gleich wirklich probieren. Weißt du, dass du es überhaupt baut? Ja, fast. Komm, was du? Nein. Gegen 5 hast du keine Chance, Kleiner. Nein. Wenigstens tagt er nicht. Das ist einfach. Ich sage, ich habe es nicht. Baut das Schiff vielleicht nach, das einzubringen. Okay, wir können jetzt noch mehr Schiffe bauen. Ja. Dann könnt ihr jetzt ab. Das haben wir noch. Kaserne. Das Upgrade. Das Upgrade, wirklich. Das Upgrade. Technologie. Nächste Technologiestufe. Aha, äh. Du meinst... Bronzenzeit. Genau. Ja, dann müssen wir Gebäude bauen. Was ist das denn? Oh, Regierungsgebäude. Ne, was ist das? Das, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist. Was sagt von der Seite aus? Okay, okay. Gut. Und vergeude dein Holz auf Reparatoren. Mach das. Was? Ich bin schon zuerst, ich bin schon zuerst. So, 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 so. Was ist es so, Naro? Der Gelb ist hartnäckig, schon wieder einer da. Ist okay. Du, mach es bitte so, den Haupen, oder? So, schön. Ja, also jetzt bauen wir all die schönen Sachen. Warte mal, Marktplatz, irgendwo. Wo er nicht stört, genau. Vielleicht noch ein Fischkutter. Ja. Ja, wenn uns das Meer zählt. Vielleicht noch solche Jungen da, weghauen. Vielleicht kannst du das nur noch mal schauen, ob er einen Hafen baut. Nur kurz mal reinschauen. Nee. Nee, sieht nichts aus. Sieht nicht aus. Sieht gut aus, okay. Ich schwimme da weg. Ich schwimme da weg. Was läuft? Äh, weg. 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 Genau. Genau. Boah! Boah! Boah, der ist ja hartnäckiger als der andere. Boah, der ist ja hartnäckiger als der andere. Boah, von der Seite ist. Ja, aber der Turm nicht ran ist. Stimmt, ist besser. Da. Sehr schön. Ja, gut, jetzt hat er glaub auch ein Problem, langsam. Sehr schön. So mag ich das. So mag ich das. Also, wir brauchen noch ein paar Fusselgebäude. Ein paar Bauern. Und dann der nächste Mal als nächste Zeitraum. Ja. Oh. Hallo. Ganz schön frech. Ja, ein Versuch ist es gut, oder? Ja, ja, stimmt. Ach, wir auch so. Dann passt die Transporter, die wollen nicht. Wow. Sehr schön. Sehr gut. Ausgezeichnet, ja. Es wird... Es wird... Finde ich super. So. Ein paar Bauernhöfe. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Das ist so groß. Ja. Gut, ich glaub, damit haben wir die Serie. Hast du? Wo ist eigentlich... Ja, hast du ja auch geschaut. Gut. Ja, folgt dem und lebt das. Ja, gut. Es sieht auch nicht so aus, als würde er es sonst irgendwo bauen. Also, ich glaub. Ich glaub, das wird. Weiß die... Ja, oder so. Ja. Das Einzige, was halt ein bisschen schade ist tatsächlich gegen den Gold, aber... Ich denk, es ist das Beste so. Ja, aber... Jetzt können wir einfach mit Bullshit sparen. Ja, stimmt. Stimmt. Oder not, falls... Falls... Falls Braun jetzt die zweite Reliquie hat... Falls Braun die zweite Reliquie hat, dann einfach reinrennen, schnell. Ah ja, stimmt. Wir müssen sie ja nur erobern. Eben. Stimmt. Das ist ja kein so grosses Ding. Ich soll noch schnell nachschauen, aber nicht... ...was Neues er aufgebaut hat und dann... Verdammt. Es ist hartnäckig, der Junge. Er weiß, was er will. Das ist sehr gut aus. Das ist sehr gut aus. Also, ich würde sagen, speichern. Und ja, falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Mhm. Weil zur Zeit sieht es gut aus, das ist ein guter Punkt zu speichern. Ja. Ja, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.